Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Sly3 ohne Among Thieves. Mit der Greifkamera. Großartig. Es ist ja genau das, was ich gewollt habe. Mhm. Oh! Hi! Verdeckst mir die Sicht. Okay. Kann ich mich da... Okay, kann ich. Ich komme, Penelope, mit meiner scheiß Greifkamera. Hm. Hm. Auch nicht? So. Ah, da ist ja schon die erste Brücke. Äh. Ja? Ach so, da oben hin. Okay. Ja, wo kann ich mich denn mal festsetzen hier? Ah, okay. Bin ich denn? Äh. So. Ich habe gehört, wie die Brücken runtergefallen sind, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so gut zurück zum Unterschlupf schaffe. Ich werde über den Lautsprecher der Kamera einen Vogelruf imitieren. Den werden die Waffen nicht weiter bemerken. Und du kannst dem Klang zum Unterschlupf folgen. Okay. Aber geh nicht zu weit weg, sonst höre ich dich nicht mehr. Okay. Ach, die Scheiße. Ja, hallo. Das wird ein langer Weg werden. Das wird ein sehr langer Weg. Wo bin ich denn hier? Moment. Penelope. Ich muss gucken, wir sind hier falsch. Ich muss noch da. Das ist toll. Achso, du bist schon da. Ja, hallo. Halt dich irgendwo fest. Okay, du kannst da runter sprechen. Alles klar. Oh Gott. Das ist toll. Ich muss erst mal nur gucken, wie ich da... Es ist toll. Okay. 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 Ich weiß nicht mal, ob ich hier gerade richtig bin. Nein, doch. Ich höre dich. Penelope. Bentley? Danke. Ich habe wirklich Angst bekommen. Du hast mir das Leben gerettet. Dann lasst uns reingehen und dafür sorgen, dass der Staub keine dauerhaften Schäden hinterlässt. Okay. Okay. Das hätten wir doch schon mal. Dann machen wir jetzt weiter mit... Murray! Hey! Steil du aus nächstes, ne? Ne. Wie eben einfach mal alle Wachen verschwunden waren. Ballboot der Zerstörung. Ja. Ja. Das... Oh! Oh, sorry! Oh, scheiße! Ich habe den nicht gesehen! Och, ne. Warum denn? Wo bin ich denn? Oh, scheiße! Hopper noch! Weiß ich, fall durch so eine... Really? Ach Gott. So. Okay, Murray. Du musst zusammen mit Sly die Ruder aller Galeonen im Hafen zerstören. Mit fahrtüchtigen Schiffen können uns die Piraten nicht folgen, wenn wir zur Dolchinsel segeln. Was ist mit den Booten, die da draußen ankern? Die könnten wir uns auch noch vornehmen. Macht euch um die keine Sorge. Die Piraten haben nicht die Zeit, erst dorthin zu rudern und sie klar zu machen, bevor wir weg sind. Außerdem taucht die Hafenpolizei sowieso auf, wenn die auf die Ruder schießen. Das klickt nach einem Job für einen Mann mit vielen zerstörerischen Angewohnheiten. Du... sagst das. Schaltet die Hafenpolizei aus, dann kann uns niemand folgen, wenn wir ein Piratenschiff... äh... beschlagen haben. Anscheinend hat Sly das Beiboot sehklar gemacht. Viel Glück, Seemann. Werde ich brauchen, Bentley. Oh Gott. Das wird so nütz. Das wird wieder so ne Mission, wo... Nein. Und Sly übernimmt die Kanone. Halte die R1-Taste gedrückt, um die Kanone aufzuladen und weiterzuschießen. Lass sie los, wenn du feuern willst. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Das ist deshalb wunderbar funktioniert. Das war richtig... Gut gemacht, Jungs. Das nenne ich Teamarbeit. Diese Schiffe, soweit keine Fägel sind. Das ist so... Nein. Ja, hallo. Könnte ich auch mal was treffen? Okay. Okay. Hoppala. Das wird nichts. Das wird nichts beim ersten... Das wird nichts beim ersten Versuch. Hat die Bentley nicht irgendwie gesagt, ich kann die auch aufladen? Ich glaube, ja. Achso, hab ich getroffen. Okay. Oh Gott. Ernsthaft? Ich hab die nicht getroffen. Okay. Ich hab nur noch so wenig lebt, dass wir jetzt am letzten scheitern. Ich weiß es genau. Wo bin ich denn hier? Da. Ach, scheiße. Moment, Leute. Moment. Ich bin noch nicht so weit. Es war so klar. Feuer mit der Eins. Jetzt haltet die Taste gedrückt, um die Schussweite. Okay. Genau das hab ich eben gesucht. Die Schussweite. Die Schussweite. Ah, das erinnert mich wie bei Assassin's Creed an Chase Mercer. Nein. Ja, natürlich. Gut gemacht, Jungs. Das nenne ich Teamarbeit. Die Schiffe sind in dem Weg ins Netz. Aber es ist schwierig, das aufzuladen und zeitgleich immer X zu drücken. Weil sonst komme ich nicht ins Paddeln. Okay. 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 Hälfte haben wir wieder. Herr im Himmel. Das klappt überraschend gut. Aber gleich kommt wahrscheinlich noch diese Schiffspolizei. Ja, ja. Ich geh da lieber ein bisschen näher dran. Ja, natürlich. Und dann treff ich das nicht mal. Ist das euer Ernst? Hallo. Hallo. Das macht ihr großartig. Aber ihr müsst euch beeilen, denn die Hafenpolizei ist eben eingetroffen. Sie sind gut bewaffnet. Kann diese Kanone da mithalten? Du hast recht, Slide. Marie muss sie mit eurem Beiboot rammen, damit die Panzerung abfällt. Jetzt ist Schluss. Ich habe keine Lust mehr, den Kanonenkugeln auszuweichen. Jetzt reicht's wirklich. Wenn Marie die Panzerung beseitigt hat, könnt ihr sie mit einer gut platzierten Kanonenkugel versenken. Lauft doch weg, ihr Mädchen von der Hafenpolizei. Ich ramme euch jederzeit wieder weg. Ihr Mädchen von der Hafenpolizei. Marie, ist das dein Ernst? So. Ach nein. Und meine Gesundheit wohl nicht. Woann sehe ich denn das? Ja, toll. Und wer war das jetzt? Mhm. Ja, Slide, du bist gut. Und dann versenkt. Okay. Okay. Okay, ich muss... Mehr Schwung! Na toll. Direkt daneben, oder was? Haha. Aber die Hälfte haben wir. Na komm. Ich verlangsame mich doch nicht. Soweit ich ein bisschen verlangsamt bin... ...funktioniert das... Ja. Das war ich aber nicht so... Komm her. Okay, das geht aber noch. Die Mission, das geht noch. Alles klar. Der Schutzkumpel! Yay! Danke, Marie. Hoppala. Wir los. Ernsthaft? Och, ist das dein Ernst? Das war der letzte jetzt sicken, oder was? Panserung ist weg. Jetzt aber. Das perfekte Team. Murray und sein Getreuer Schütze Sly hat es mal wieder geschafft. Oh, tut mir leid, Jungs. Mir war nicht klar, dass die Hafenpolizei einen Krüter hat. Ihr seid noch nicht fertig. Mann, das Ding ist gewaltig. Jedes Schiff hat einen Schwachbock. Sieh dir den Mast an. Den flicken Sie schon seit einer ganzen Weile. Sly hat recht. Dieser Mast wird unseren vereinten Kräften zum Opferfall. Wie viele Kanonen sie auch haben. Wir nehmen sie alle. Nennt mich Feigling. Aber ich würde gerne den Kanonenkugeln ausweichen. Oder wir weichen aus. Das geht auch. Oh Gott. Okay, zerstöre die Stützpfeiler. Am Mast des Bootes. Aye, aye, Sir. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gerade... So gar nichts, wo ich hinziehen soll. Ach so. Ah, da habe ich was getroffen. Aber die haben mich gerade auch getroffen, sehe ich. Super geil. Ich wage zu bezweifeln, dass das wieder was beim ersten Mal wird. Ich habe auch wieder was getroffen. Oh Gott. So. Na toll. Wo bin ich denn? Da. Jetzt geht Murray aber ab. Mein Daumen tut gleich weh. Okay, ich habe die Stützpfeiler jetzt zum ersten Mal gesehen. Eben habe ich die irgendwie nicht so ganz registriert. Warte, wurde ich denn bitte getroffen? Murray, gib Gas. Och, jetzt wendet das so blöde. Ah, ich habe aber was getroffen. Aber ich wurde auch schon wieder getroffen. Super geil. Haben wir was getroffen? Ich meine, da flog ein bisschen Holz. Oh nein, nicht euer Ernst. So Leute, okay, es kann weitergehen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren, weil... Äh, das war gerade eine etwas größere Sache, die ich gerade erledigen musste. Ach. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Okay. Alles klar. Wie mache ich das jetzt? Oh, ich habe betroffen. Cool. Aber jetzt merkt man es ab, wie viele Stützpfeiler sind die überhaupt noch? Und ich weiß es auch gar nicht mehr, wie lang der Part ist. Waren wir eben bei 16 Minuten? Ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Ein Stützpfeiler ist der noch? Oh, scheiße. Jetzt habe ich aber eine Menge kassiert. Jetzt war ich echt unvorsichtig. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich getroffen worden bin. Ich glaube, wir dürfen das gleich nochmal machen. Yay! Freut ihr euch schon? Ich nicht. Ah. Oder so die chillige Musik. Yay. Super geil. Bitte? Warum treffe ich denn nicht mehr? Es ist doch nur dieser eine Stützpfeiler, wenn ich das richtig sehe. Please. Oh Gott. Dankeschön. Gut geschaffen, Partner. Hey, ohne deinen Rudern wären wir gesunken. Wenn ihr Jungs mit Kuscheln fertig seid, treffen wir uns im Unterschlupf. Yay! Auftrag beendet. Och Gott sei Dank. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass wir es neu machen müssen. Was? Du brauchst das stumme Finish für einen bevorstehen Auftrag. Benutze sie. Ich habe es leider stumme Finish-Power abzukaufen. Das ist eigentlich etwas, was ich mir jetzt überhaupt nicht geholt hätte. X markiert den Punkt. Ja, das ist wohl wahr. In Ernst? Habt ihr das stumme Finish? Ich habe zwar mal kurz darüber nachgedacht. Wie viel... Okay, ich kann es mir sogar kaufen. Cool. Seht ihr? Es ist nie verkehrt, immer ein bisschen Münzen dabei zu haben. So können wir direkt weitermachen und ich muss nicht farmen. Das ist doch schon mal was. Okay. Dann machen wir es so. Ach ne, das ist nur was für Slime. Super geil. Schaffe ich das? Ah, okay. Cool. Das ist natürlich perfekt. Okay. Stummes Finish. Wir haben ein unaufmerksamer Feinde mit... Der... Ich wollte gerade sagen, mit der Kreistaste. Mit der Dreiktaste durch die Luft. Okay. Gut. Alles klar. Jetzt bin ich wieder pleite. Aber hey, wir haben den stummen Finish. Okay. Ach, da oben ist schon unsere Mission. Alles klar. Gut. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lang der Part jetzt ist, mache ich hier jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan. Und bei der Dreiktaste. Und bei der Dreiktaste. Vielen Dank.